Darum hat Sarah Harrison keine mehr für YouTube. Sarah Harrison, 31, hat kaum Freizeit. Die ehemalige der Bachelor-Teilnehmerin hat im Jahr 2015 ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Den hat die Influencerin dann später gemeinsam mit ihrem Ehemann Dominik, 31, unter dem Namen Team Harrison weiter betrieben. Seit 2018 geben die beiden ihren über 1, 2 Millionen Abonnenten regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Aber auch in Schmink- und Lifestyle-Themen. Doch seit einiger Zeit ist es still auf dem Kanal geworden. Jetzt verrät Sarah, warum, als der Dubai-Auswannerin in einem Q&A auf Instagram die Frage gestellt wird, warum sie kein YouTube mehr mache. Antwortet sie, ich finde leider keine Zeit mehr dafür. Zum einen hätten sich die sozialen Netzwerke gewandelt, Instagram zum Beispiel sei video-lastig geworden. Weshalb der Webstar bewegt Bilder lieber für diese Plattform Produziere. Zum anderen erklärt die Unternehmerin, leiten wir unsere Firmen, arbeiten an unseren laufenden Projekten und dann kommen auch immer wieder neue Sachen dazu. Die Zeit, die dann noch übrig bleibe vom Tag, wolle die zweifach Mama mit ihren zwei Töchtern verbringen. Doch nicht nur für ihre Töchter müsse sich Sarah Zeit freiräumen, sondern auch für ihren Dummi. Mit dem feierte sie vergangenen Monat ihren fünften Hochzeitstag. Ich liebe ihn so sehr und bin dankbar für diese Beziehung. Schrieb die Beauty auf Instagram und fügte schwärmend hinzu, Schatz, ich finde es einfach so krass. Dass wir fünf Jahre verheiratet sind, zusammen sind wir ja schon länger. Jetzt haben wir zwei Kinder, wohnen in Dubai. Anführungszeichen. 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 Bis zum nächsten Mal.